Freunde, wir gehen rein in die Dave-Serie. Falls ihr beim letzten Mal nicht da wart, Dave hat eine Serie gestartet, die heißt The Race. Die Leute werden ausgesetzt in Marokko und müssen versuchen, nach Köln zurückzukommen. Ich hab die ersten zwei Folgen schon ohne euch geguckt. Das heißt, diese Folge hab ich auch schon ohne euch geguckt. Ich find's aber für die Vollständigkeit halber cool, dass wir jetzt auch nochmal zusammen gucken. Es ist übelst geil, die meisten Leute sind noch in... Nee, alle sind noch in Marokko. Außer eine Person hat's schon auf die Fähre geschafft, Richtung Spanien. Ich bin gespannt... Jetzt will ich nicht wissen, was schon passiert. Ich bin gespannt, was heute passiert in der Folge. In dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da und viel Spaß mit dem Video. Let's go. Jungs. So fängt's an. Sorry, guys. Sorry, guys. I pay you a taxi. Boah, beim letzten Mal, falls ihr das nicht gesehen habt, die Leute waren so krass nett, ne? Also wirklich, jeder hat da easy for free irgendwie ein Taxi bekommen, weil die Leute auf korrekt einfach so irgendwas bezahlt haben. Krass. Und ein Taxi hat on Jemet. Hey, Dave, ich muss da leider mit, Dave. Oh, mein Gott, das hat mir auch immer gekriegt. Oh, Jovan kommt rüber. Alter, ist das krank. Das ist echt sehr beschissen, gerade. Wie soll ich das denn machen? Dave, du packst das. Nein, dann guck mir. Fuck. Boah, das Intro geht hart. Das Intro geht krass hart. Ohne Geld in einem fremden Land ist man schon ziemlich aufgeschmissen. Klassiker. Und damit euch nicht das Gleiche passiert, obwohl ihr vielleicht sogar Geld auf dem Konto habt, gibt es Revolut, den Partner der heutigen. Klassik. Revolut ist eine digitale Bank, die euch dabei hilft, immer und überall das Beste aus eurem Geld zu machen. Das Konto ist innerhalb von wenigen Minuten eröffnet und das komplett per App. Ab Sekunde 1 nach der Registrierung seid ihr sofort ready to use, dank der virtuellen Karten, die ihr bei Apple und Google Pay hinzufügen könnt. Du deutet nicht mal mehr... Sitzt ihr den Hoodie auf? Chat, für die Leute, die schreiben Skip, all right. Fuck. Fuck. Fucky, fucky. Fucky, fucky. Oh, das ist jetzt richtiger, richtig schlimm. Alter, was ist beim letzten Mal passiert mit Dave? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also er hat auf jeden Fall gesehen, wie der eine Guy auf die Fähre gegangen ist, aber was ist mit ihm passiert? Oh, nee, das ist jetzt nicht schlimm. Er wurde abgelehnt oder so, ne? Geil für ihn. Ja, Jungmann ist auf die Fähre, aber er wurde einfach abgelehnt, glaube ich, ne? Wirklich geil. Die Fähre fährt in 45 Minuten. Oh, mit gleich meine ich nach dieser Reaction. Da haben wir die 3 Euro Kuss. Wie lange hätte ich noch Zeit? Wenn ich es bis dahin nicht hinbekomme, dann muss ich vielleicht den Hafen wechseln. Ja, hier. Ja, das hier schlankt der Fähre, Bro. Ja, wie schnell einfach, das ist so crazy. Aber der war auch echt lucky, dass er diese zwei Leute gefunden hat da beim letzten Mal. Ab geht's. Jetzt müssen wir uns irgendwie ein Ticket erschnauern. Mit aufs Boot springen wird nichts oder irgendwie sich reinzunehmen, das ist ganz verrückt. Alter, Junge, auf die fahrende Fähre drauf springen ist verrückt. Bro, das ist, ob wir uns klappen, das ist nicht. Was sind eigentlich die Regeln? Runde einfach, die fangen halt in Marokko an. Wer hat es erst an Köln ist, hat gewonnen. Wenn einer an Köln ankommt, ist es vorbei. Die haben 0 Euro. Die dürfen nicht jetzt irgendwie ihre Insta-Reichweite oder so benutzen. Die haben allgemein auch kein Handy. Die dürfen niemanden in Deutschland anrufen und so sagen, ja, überweis mir mal 100 Euro oder so. Und die dürfen niemandem Versprechungen machen und sowas wie jetzt. Jo, gib mir mal 100 Euro. Wenn der Race vorbei ist, dann gebe ich dir einen Insta-Show dort oder so. Das dürfen die auch nicht machen. Und die dürfen ihr Equipment nicht verkaufen. Wer sieht das so? Nicht wirklich Glück hier mit dem Hafen Terminal. Hier sind fast keine Leute. Gerade eben meint es auch... Hast du doch selber sogar gemacht. Das war das mit dem Essen, was ich meinte, ja. Jemand, das wegen dem schlechten Wässer fast heute keine Fahrferien fahren. Es kann sein, dass mein Traum nicht in Erfüllung gehen wird, dass ich heute noch rüber nach Spanien kommen kann. Ich versuche jetzt nochmal bei dem Eingang von den ganzen Autos. Weil hier sind quasi nur Fußpassagiere-Turnen. Fingers crossed, dass wir vorankommen. Das habe ich mich, als ich das geguckt habe, mich gefragt, könnte man nicht rein theoretisch auch hingehen und einfach sich... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Zahlt man bei einer Fähre jede einzelne Person im Auto oder zahlt man das Auto? Weil könnte er sich nicht sonst einfach in irgendein Auto mit reinsetzen? So viele Leute. Ah, pro Person. Ah, okay. Aber was ist, wenn er sich auf einen Kofferraum legt? Aus Marokko. Kofferraum, easy. Ist halt illegal. Es ist nicht verboten, illegale... Also die dürfen illegale Sachen machen rein theoretisch, ne? Das ist halt auf eigene Verantwortung. Nein, dürfen sie nicht. Wurde nicht verboten auf jeden Fall. Aber das wird sicherlich noch erklärt. Also die Regeln werden während der Show erklärt. Meine größte Sorge, überhaupt hier zum Hafen zu kommen, ist jetzt zu schmoren. Egal, ich weiß nicht, wie lange bin ich unterwegs? Eine Stunde? Und ich bin schon hier. Ja, jetzt muss ich noch gucken, wo ich 35 Euro herkriege, um mit der Fähre rüberzufahren. Boah, 35 Euro hast du schon. Das ist crazy. Aber um 6.35 Euro einen Umschlag öffnen. Keine Ahnung, was da drin ist. Während die Teilnehmer über ihre nächsten Schritte grübeln, hat sich das Orga-Team die Chance nicht nehmen lassen, den Teilnehmern eine kleine Überraschung mit auf die Reise zu geben. Neben den festgelegten, einheitlichen Gegenständen haben die Teilnehmer einen versiegelten, geheimen Umschlag bei sich. Diesen dürfen sie erst um 16.30 Uhr Ortszeit öffnen. Ich weiß schon, was drin ist. Was die Teilnehmer in diesem Umschlag erwartet, kann weitreichende Folgen für den Ausgang des Rennens haben. Eine Rohrbombe. Ja, das wird sein, Bro. Ziemlich wahrscheinlich ist eine Rohrbombe drin. Altes Rentner-Ehepaar auf dem Heimweg. Ja, ja, genau. So, ich gehe jetzt hier erst mal rein. Und dann schauen wir, wo ich Tourist bin. Laten-Jodas, danke für die drei. Wir haben uns ja vorher ein bisschen überlegt, wie viel die hier ungefähr verdienen. 300 bis 900 Euro ist wohl so das Durchschnittseinkommen. Das heißt, wenn mir jemand jetzt hier die Fähre zahlen würde, dann wäre es in Deutschland so, als ob dir jemand 200 Euro schenkt. Ich meine, da sind aber halt auch Tourist, ne? Na ja, moin, perfekt. Als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, meint ihr, er hat gefilmt, wie er gepisst hat auch? Mann, diese Dinger sind so scheiße. Wie komme ich hier weiter? Kannst du mir helfen? Wie viel muss ich für die Fähre bezahlen? 30 Euro. 30 Euro. Ich habe meine Geld, ich habe meine Karte, ich habe nichts. Ich habe nichts. Beside diese zwei fucking expensive GoPros und diese große Backpack. Kannst du, kann ich etwas tun? Kannst du mir helfen? Was kann ich tun? Ja, aber hier sind unsere Tourist, auch. Ja, aber es wird passieren, nur für später. Danke vielmals. Alles ist gut. Ich hoffe, dass du auch. Ja, alles wird gut. Danke, haben wir einen guten Tag. Scheißdreck. Also Leute, ich habe gerade mit dem netten Herrn gesprochen. Der hat mir erklärt, dass beim anderen Hafen, da wo ich dann wahrscheinlich hoffentlich auf Engländer, Spanier oder sonst was treffen würde, auf Europäer, da komme ich nur mit dem Auto rein. Das heißt, ich kann da, wo ich mir erhofft habe, bei irgendeinem Auto zu klopfen, in den Hafen kann ich überhaupt nicht rein. Das hier ist der Passagierhafen, das andere ist die Fähre für Autos. Ich kann zum anderen gar nicht hin. Ich kann nur hier rüber und ich muss hier irgendwie an Geld kommen. Und hier sehe ich überhaupt gar keine Leute, die ich irgendwie anschnurren könnte. nach Geld. Aber warum hat der Bro so schöne Wimpern? Digga, das stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das das erste Mal geguckt habe. Bruder, er hat diese Mascara X, wie heißt das so, diese, diese Pick X oder so. Irgendwie so heißt das so, dieses Maximum, Maximum Power, wo immer die Werbung war. Digga, er hat den Full-Claim drauf. Digga, er ist caked up. Ich habe jetzt schon Probleme, die ich im letzten Jahr nicht mehr hatte. Es ist auch geil, dass hier nicht gleich andere stehen. Anscheinend bin ich der Erste. Ich sehe da hinten schon so ein paar Camper-Vans. Okay, ich komme hier nicht rein ohne Fahrzeug. Das heißt, ich werde hier warten, bis europäische Fahrzeuge hier reinfahren. Boah, ich hätte da gar keinen Bock drauf, die alle anzulabern, ey. Wunderbar, einfach schön da zum Access fahren. Und da stehen und warten mehrere Europäer. Das ist alles Container-Bereich. Und dann weiter rechts ist das Terminal für die Leute. Und in der Mitte ist das Terminal, wo die Autos reinkommen. Das da hinten. Das ist alles Spanien. Ja, wir haben im letzten Mal geguckt, das sind 40 Kilometer in der engsten Stelle von der Straße, also die engste Stelle der Straße von Gibraltar. Da auch mal rein in die Speedo und auch mal rüberschwimmen, ne? Du hast zu England gehört. Nein, europäische Camper. Europäische Camper. Ich muss wieder zurück. Ich muss europäische Camper aufhalten. Ich bei COD. Sorry, toter Gag. Weiter geht's. Okay, ich habe jetzt dem Polizisten gesagt, ich habe mein Portemonnaie verloren. Und er meinte, er kommt gleich wieder. Leute, wenn ich das schaffe, bin ich so ein Colonel. You have to get to your embassy. To your embassy. But it's a long way. I have to get back to Tangier, you say? Yes, yes. It's a no way here. I can, I would clean the dishes. I would do everything. I need to get to Spain. Das ist auch wieder so ein Porno-Intro hier, ne? I would do everything. I can't pay the bill. Is there anything to do? Ähm, ja, da würde mir was einfallen. Ja, cut. Sorry. Okay, thanks, thanks, thanks a lot. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber ich glaube, es ist nicht möglich, ohne Geld jetzt hier, ich habe die falsche Fähre genommen. Hier sind keine Touris, die ich anfragen kann. Gefickt, Digga. Die Leute, die jetzt alle genauso wie in der City-Support nennen, um zu helfen. Das wäre so ich, ne? Aber hier komme ich nicht weg. Aber ich muss jetzt wahrscheinlich zum anderen, zum anderen Hafen. Meine Vorstellung war ja irgendwie ein Wohnmobil, wo man irgendwie Leute anhaut, dass man 30 Euro braucht. Sexarbeit ist nicht erlaubt auf dem Projekt. Ich meine, obwohl, technisch gesehen wahrscheinlich schon. Technisch gesehen wahrscheinlich schon. I don't know. Es scheint nicht in den verbotenen Regeln. Aber ich gehe mal davon aus, dass keiner von denen das jetzt machen wird. Ich komme hier nicht weg. Dave würde gewinnen. Dave würde alles geben. Bonjour. Vielleicht habt ihr dirhams, weil in Spanien das ist ein Ero. Vielleicht ist das kein Problem. Mann, das ist so cool. Ich habe das letzte Folge schon tausend Mal gesagt, aber es nervt mich immer noch. Bruder, die sind viel zu cool mit ihrem Spanisch und hier mit dem Französisch. Bro, das macht mich so neidisch, Digga. Das ist so cool, mit den Leuten einfach da zu reden, auf deren Heimatsprache, Digga. Fuck Todes ab. Okay. Also, ist cool für die, aber es fuckt mich einfach ab, weil ich nachher schwimme. Auch wenn man sympathisch ist, wollen wir lieber nicht helfen. Die Dono war, by the way, scheiße. Deine für die drei. Äh, fünf. It is not easy. Ist auf jeden Fall nicht leicht. Das ist einfach krass. Vor zehn Minuten stand ich da drin, habe gesagt, ja Mann, ich bin Erster. Und jetzt sag ich mir, scheiße, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das machen? Ich find's so geil, wie er mir die ganze Zeit sagt, ich bin Erster. Und so, ich hab in den letzten Folgen auch gesagt, ich hab mega viel Glück. Ich hoffe, die anderen Leute haben auch so viel Glück und so. Digga, und er ist legit einfach wahrscheinlich gerade der Schlechteste. Also, ich hab das Gefühl, jeder ist auf einem besseren Weg als er. Digga. Keine Ahnung, Mann. Ja, du, Dave ist auch gefickt. Dave ist auch gefickt, stimmt. Keine Ahnung, keine Ahnung. Hier ist ein Schild. Äh, ich war bei Passagier. Das war wohl schon richtig. Aber hier ist jetzt auch Fracht und Automobile. Ah, Digga. Digga. Da stehen noch Camper, oder? Jetzt hab ich sie aber. Jawoll. Guck mal, die sind so ultra nah beieinander, Bro. Guck mal, da wurde doch gerade genau die Szene auch gedreht von dem Guy davor, oder? Man hört doch scheiß Zaun auf. Scheiße. Leute, das hinter mir ist jetzt der der Autozugang. Ich will mir das nicht nochmal verkacken, dadurch, dass ich ein Video mache. Äh, ich stecke die Kamera jetzt hier rein und versuche, da reinzukommen, um da mit Leuten zu schnacken. Hier steht sogar auch gerade ein Boom-Mobil. Jetzt wird gecheatet. Jetzt wird gecheatet. Hey, Leute, ich bin doch einfach auf der Fähre drauf. My problem is, I lost my cash, my wallet. Everything is whack. Everything is whack, Alter, ist classic. My problem is, I lost my cash, my wallet. Everything is whack. Where is it, you're right? I lost it. Somebody, I don't know, but I want to ask some people, if they can help me, if they have a car, you know? Please. Okay, okay, okay. Okay? Thank you, my friend. Thank you. What's up? Okay, easy. Easy. Ich habe es geschafft. Die lassen mich jetzt hier rein, damit ich Leute frage. Erst haben sie gesagt, ich soll vom Tor warten und jetzt hier Parking, Tickets und Registrationen. Jetzt ist er auf der Eins. Nee, ich habe seinen Namen vergessen, aber er ist ja schon auf der Fähre, er ist ja mit Abstand der Erste. So, wir sind jetzt hier. Jovan, ja. Bei der Medina. Jovan. Hier die alten Stab. Bro, Chad, ich glaube, by the way, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist ein Viewer tatsächlich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube schon. Und wir schauen jetzt mal, ob wir dort in der Medina irgendwie was zusammenkriegen. Er ist auf jeden Fall cool, er ist mein Favorite Character. Das Ziel, was packen wir. Mit Dave zusammen. Ja, ist ja, hat er ja bei der Reaction kommentiert. Ja? Geil, Digga. Ja, ist ein Arzt, Digga. Ist ein richtiger King. Nee, macht er jetzt wieder seinen Trade-Up weiter, Bro? Oh mein Gott, das habe ich voll vergessen. Jetzt geht es weiter hier, Digga. Er ist wieder in seinem Ryan-Traion-Film, Digga. 1 Cent zu einem Haushoch-Traden. Jetzt geht es los. Digga. Or doing anything else to earn a little bit of money. Er macht YouTube-Trail ab, ja, ja. Bro hat so viel Dave geguckt. Okay, thank you. Dave-Video im Dave-Video. Bruder, Inception. Aber solche Absagen muss ich mich, glaube ich, in den nächsten Tagen viel einstellen oder einfach dran gewöhnen, weil das wird viel passieren. Boah, ich hoffe, dass er gewinnt. In diesem ganzen Format. Das ist, glaube ich, echt am wichtigsten. Ich finde es wirklich krass, wenn er gewinnt. Ja, dass er komplett auf sein Charme-Gefühl scheißt. Ist echt schön, Panda. Er oder Dave, fände ich mal. Mal gucken, ich bin echt gespannt. Und dann hier eben die Medina. Am Ende hat er den Porsche. Digga, imagine, bei so einem Format, du race, du machst einfach mit, tradest irgendwie einen Stift zu einem Porsche hoch, fährst einfach nach Hause, Digga, und hast gewonnen. Und nimmst dann noch irgendwie das, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt Price Money oder so, gibst du das Price Money mit. Boom, easy, Junge. Hast ein Porsche-Geld. Easy, go, ich. Amigo. Das fand ich auch krass. Das ist einfach so ein Random, die fangen einfach an zu labern. Ich finde, das würde in Deutschland auch nicht so passieren, oder? Voll geil. Also, um ehrlich zu sein, kann aber auch manchmal Abwach sein. Ich enjoy es auch manchmal, in deutschen Städten, wie Berlin oder so, unterwegs zu sein, und man weiß, Digga, man wird von niemandem angelabert. Jeder macht einfach nur seinen eigenen Scheiß, ist auch geil. Es hat beides Vor- und Nachteil in jeder Situation, aber für so ein Projekt ist es natürlich insane. Ich weiß nicht genau, ob ich mit ihm mitgehen, oder nicht? Das ist jetzt eine gute Idee. Ich würde schon früh, hier mal ein bisschen in den Hausfällen zu sehen. Nur kurz. Marsha hat hier, als wir das zusammen geguckt haben, also wie gesagt, ich habe es ja schon ohne euch geguckt, nur diese Folge, ab der nächsten bin ich dann auch neu dabei, hat Marsha was gesehen, da haben wir ja nicht zurückgespult, und da will ich jetzt nochmal gucken, ob das wirklich da war, weil das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aquí vives. Aha. Podría grabar la casa, ¿está bien? Ah, oja, ¿vará, vará? Ja, ok. Chad hat schon geschrieben. Das fand ich so geil. Er fragt so auf Spanisch, ja, ja, ist es ok, wenn ich diese Casa filme, ist es ok, wenn ich dieses Haus filme, und dann so, yo, ok, wir sind hier bei Ahmed. Bro, als er ist so MTV Crips dabei, so ohne Cut. Also, wir sind hier bei Ahmed, extrem. So geil. So nice, das ist so funny, Digga. Y es ist so funny, Kusina aquí? Digga, einfach das am Root tour. Ahmeds Küche, Agua. Ja, ja. Es ist zwar wirklich, wie andere Leute leben, ne? Agua, Agua. Das ist wirklich krass. Ah, es kommt Gas. Ja, Gas. Ja, ja, vor allen Dingen so anderen. Shower. Shower. Aha, Shower. So, der Typ geht gleich jetzt vor und dann filmt er, so, Daniel heißt ja, ne? Filmt so einmal rechts rüber. Und da, da meinte Marsha, sie hätte was gesehen. Banho es eso? Seriously. Aha. Bro, das fand ich krass. Die Dusche, Digga? Bro, das ist so crazy, ne? Alter. Also, das ist wirklich... Krass, ey, das tut mir voll leid, weil das so ein, auch vor allen Dingen, so ein älterer Herr ist, ne? So dem, ist hier so, da denkt man sich so, I don't know. Okay, Achmed, ich muss gehen. Weil ich nach Spanien muss, das fand ich auch stark. So eine Sekunde nach, oh, au, ey, Achmed, achmed, mein Kräuterpaket ist noch im Ofen, Digga, ich muss leider reinhauen. Superschlechte Neuigkeiten. Ich muss gehen, weil ich muss nach Spanien gehen. Wo ist die, wo ist die, wo ist die, Aber Tod ist korrekt. Er meint einfach, er kann, du, Penn hier. Übelst korrekt. En serio? No. En serio? Es que no, no tengo, muchas gracias, Ahmed, eh. Perfekto, perfekto. Unverständlich. Perfekto, perfekto. So geil, ey. Er will einfach nur versuchen, so schnell wie wirklich rauszukommen, Digga. entro aquí esta tarde. Perfekto, Ahmed. Perfekto, Ahmed. Un gusto, eh. Perfekto. Ahmed, höbelst korrekter Typ, haben wir uns direkt einen Schlafplatz geklärt, für heute Abend, so gerne ich auch bei Ahmed heute pennen würde, einfach für die Experience. Für die Experience. Außerdem am besten heute schon nach Europa. Ich fand's krass, ich weiß nicht, ob die das rausgeschrieben haben, aber der hat die Knarre nicht thematisiert. Also ich sag ehrlich, ich glaube auch, ich glaube, er hat die Pistole nur gehabt zur Verteidigung. Der wirkte jetzt nicht wie jemand, der da jetzt Leute irgendwie killt oder so. Doch, hat er? Ja, wann? Heute pennen würde, einfach für die Experience. Will ich trotzdem am besten heute schon nach Europa. Ich war mal kurz nicht sicher, weil da so eine Pistole lag, aber ich glaube, das war Software oder sowas. Ja, eine Software, ja, acht mit großer Software-Spieler. Das war, glaube ich, eine Paintball-Gun. Es war keine Waffe-Jet, es war ein Markierer. Das ist echt hart. Andere Option wäre wirklich, einmal den Run zu versuchen, ne? Den Run? Einmal durch. Ich hab, äh, die deutsche Dame gerade eben gefragt, ob die auf dem Hinweg mehr als eine Ticket-Kontrolle hatten. Hatten sie nicht. Und die Ticket-Kontrolleure hier, mit denen hab ich ja die ganze Zeit gechillt. Also einfach durch, oder wie? Ich würde mich auf jeden Fall stoppen, wenn die mich sehen würden. Aber ich müsste es einmal abpassen und durchkommen, dann könnte das vielleicht funktionieren. Das Problem ist, es sind drei. Zwei Männer, eine Frau. I'm trying to hitchhike from here to Germany. And you're not going by car and have a seat left to me or anything? Okay. I'm trying to hitchhike from here in Morocco to Germany. And I just wanted to ask if you have a ticket left or anywhere you can take me, maybe a free car seat and you book the whole thing. Chill, man darf vielleicht irregale Sache machen. Es geht nur darum, dass man sich nicht erwischen lässt. Glaube ich. No, we don't have any car or anything like now. Okay, thank you so much. No, no problem. Thank you. Boah, It's so hard. Salam, Jamal. Do you think somebody has worked for me here to earn a little bit of money? It's so hard to get a job here, you know. Okay. Even the Moroccans, they don't have a job here. Yeah, yeah, yeah. Are we going to find a job here? It was just, yeah, for one day maybe, but yeah. Ah, yeah, yeah. Okay. Thank you very much. You're welcome, my friend. Bro, er sah aus, als wäre irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber ich fand, der Typ sah irgendwie so ein bisschen rich aus. Checkt ihr das? Der sah so aus, als würde ihm so jeder von diesen Läden irgendwie gehören oder so. Ich weiß nicht, der sah irgendwie ein bisschen mehr wealthy aus, als die anderen irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Mafia Boss Level 99. Ja, ja. So Scheich Vibes. Ja, ja. Full, full. Der, 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 der weiß nicht, der war irgendwie zu so ready irgendwie. Hi. Excuse me. Can I ask you a quick question? Right now my problem is, because I'm trying to hitchhike. Hi. How are you? Das fand ich so weird, ne? Er kommt da so, er pullt da so ab und jetzt wird ja so ein Todes-Gedodo-Wall von der. Das ist so geil. Der hat aber so, hey, so I'm trying to hitchhike. Und dann kommt jetzt so die Freundin an, hey, und die sind jetzt in so einem Übelstangespräch einfach. Because I'm trying to hitchhike. Und er steht so daneben, so full random. I'm gonna take the ferry now, I think. This is probably the best time to do it, while the weather is okay. Und das fand ich auch krass. Die reden sogar über die Fähre, Digga. Das ist wie so ein, als wäre das so eine Storyline in so GTA oder so, Bro. Take the ferry now, I think. This is probably the best time to do it, while the weather is okay. Yeah. I was thinking of leaving tomorrow, because I wanted to stay in LA, but I'm scared that the storm is gonna be very bad. Als wäre es so ein Storygame, Bro. So, ja, ähm, ich dachte, dass ich die Fähre heute nehme, weil morgen ist schlechtes Wetter. Also, Bro, what the fuck? Random. So you think tomorrow there will be no Ferrys because of the storm? Muskelkasse sein, äh, real talk. Cutscene. There's no Ferrys. Oh shit. So better now? Yeah. Okay. Es scheint wohl ein Sturm aufzuziehen die nächsten Tage. Deswegen, ich glaube, auch wenn ich hier noch gern ein bisschen chillen würde, in Marokko, muss ich mich, glaube ich, tatsächlich einfach ein bisschen beeilen, damit ich jetzt nicht hier drei Tage stuck bin. Wenn jetzt wirklich ein fetter Sturm kommt, können die Fähren nicht fahren, wegen dem Wellengang. Darauf habe ich nicht so Bock. Deswegen machen wir uns jetzt nochmal an die Arbeit. Wow. Boah, imagine, wie wack das wäre, wenn jetzt, wenn die jetzt so, Digga, wenn die jetzt da so drei Tage so einen Sturm hätten, Alter, und dann wären die so todesstuck und müssten da, die drei Folgen würden wir nur in Dasee, das wäre so wack. Oh nein, das ist ein Video, geht weiter, Jeff. Das ist Dave-Video, Dave-Video. Jo, ein Fuffi, easy. Easy. Digger. Plus 20, top. Aber ich glaube, er hat auch krasse Sympathie-Punkte. Ich finde, der sieht richtig korrekt aus einfach. Ich will mir jetzt nicht die ganze Zeit die Balls rutschen, aber es ist mein Favorite-Charakter von denen. So, ich habe das Gefühl, ich würde ganz ehrlich, ich nehme zwei Euro, Mann, komm. Der sieht richtig korrekt aus, Mann. Ja, hier, komm. Sollte ich mich schlecht dabei fühlen? Ich weiß nicht. Wir nehmen wieder, ey, das wäre mega. Das ist super, super lieb. Danke. Ciao, ciao. Ist there any way you could support me on this race? No. No, thank you. No, okay, thank you. Schade, schade. Es possible que me apoyan? No, 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 dinero. Also, okay, todo bien. No, no, no. Es ist effektivo. So tenemos tarjeta. Ey, immer wenn ich so, wenn jemand so fragt, ob ich so Geld habe oder so, dann sage ich immer halt, weil es auch stimmt, so, ja, ich habe kein Bargeld halt dabei. So, ich, ne, sorry, ich habe wirklich nie Bargeld dabei. Ich habe aber gesehen, das ist jetzt, wo war das? In irgendeinem Video war das? Dass so Leute inzwischen auch so abpullen, die mit so Kartenlesegeräten und shit. Der Spot ist so krass, um Leute anzulabern, da sind so viele Touris unterwegs, die sind eh so im Urlaub, so, ja, komm, 5 Euro, juck, scheiß auf, das ist so dieses Urlaub-Mindset, weißt du, da wo auf einmal alle Geldregeln ausgehebelt sind, genial, 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 das wäre so nett. Das fand ich voll süß, was der gesagt hat, der meinte so, Leute, haben mir auf meinen Reisen auch immer geholfen, jetzt kann ich es zurückgeben und so. Voll süß, voll cool. Wir kommen dem Ganzen sehr, sehr nah zu. Ja, wir haben es gehört, danke, leck doch meine Eier, man, ich fand das cool. Wir haben noch den Discount ausgehandelt, das heißt, 250, das heißt, noch 110 to go, das gucken wir doch jetzt auch. Ihr könnt auch lesen, ja, ich wollte es nochmal highlighten, jetzt leck doch meine Eier. Nice, oder deutsch sogar? Ja, okay, cool. Ich probiere von hier mit 5 Freunden zu trampen bis nach Deutschland. Wir machen Rennen einfach so aus Spaß. Aus Spaß da wieder, David Hendrix, na gut. Aber ich probiere jemanden zu finden, bei dem ich auf der Fähre mitfahren kann, der ein Ticket übrig hat, der mir ein Ticket kauft, wie auch immer. Und ich wollte fragen, ob ihr rüberfahrt, mit einem Auto rüberfahrt, wie muss ich... Ich weiß, wie viel das ist. Boah, 10 Euro. Oh, echt? Ja, so 10 Euro. Der hat auch riesig 10 Euro bekommen. Ja, das ist ein Traum. Das könnte ich niemals meine Zuschauer abscammen. Ja, das sind 10 Euro und ein Viertel des Ticketpreises. Damit bin ich auf jeden Fall schon mal ein Stückchen näher dran. Jetzt eine dicke Karre irgendwas. Das wäre perfekt. Wie bitte? Ja. Oh, Alter. Boah, da dachte ich so... Das ist irgendwie mit der Traum. Da dachte ich so, ich wette, die saßen so im Auto und dann so... Mama, weißt du überhaupt, wer das ist? Das ist Dave. Das ist so ein YouTuber, den ich immer gucke. Ich wette, die hatten so dieses Gespräch. Das ist Dave, das ist ein YouTuber, den feier ich übelst krass. Das ist übelst krass. Ich wette, der macht sein neues Video gerade oder so. Ja, lass ihm das doch bezahlen. Ja, aber ein bisschen... Doch, doch, lass ihm das doch klar bezahlen. Äh, du, Dave, meine Mama hat gesagt... Das war so, Bro. Das war so... Wunderfroh. Boah, das ist der absolute Traum. Wunderfroh. 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 Wunderfroh, das zu machen. Ey, echt? Ey, vielen Dank. Vielleicht muss noch was weitergehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dave hat so die Fame-Karte ausgespielt hier, ne? Oh, aber das ist jetzt wirklich ein Traum. Boah, ich dachte, dass ich jetzt so drei Tage hinten dran wäre. Aber das ist unglaublich. Jetzt habe ich ein Ticket und 10 Euro. Nimm das, Johan. Ey, vielen Dank. Das ist so cool. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Ich hab's. Hat er sich den 10er trotzdem noch eingesteckt? Ich weiß nicht genau. Jetzt kann Dave auf seiner Liste abhaken, eine Sugar Mama holen. Fast nach vorne, Träne zu verdrücken. Und ich glaube, die meisten Gelder wurden tatsächlich von Tubis genommen. Guck mal hier, wie viele Freunde ich schon gefunden habe. Die freuen sich mit mir. Yeah, finish. If you could help me out with a little bit, it would be super kind. Why are you doing it? For fun. It's like our... It's just adventure. For fun. Ich hab vier GoPros gerade und in meinem Rucksack sind irgendwie 40 Sachen, für die Dave in jedem zweiten Video ein Playtime macht. It's for fun. Das ist super, 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 super kind. Das helps me out a lot. Thank you very much. Thank you very much. Und fehlen noch 60? I need to get the ferry, because the storm is... I can give you this and this. It's okay? This is more... Alter, yo. Digga, der ist das so am Abschießen, Alter. Thank you very, very, very much. Have a good, have a good, bye. Bye, bye. Alright. Damit... Der egal. Bruder, er hat sich da einmal durchfinesst gerade. Haben wir es offiziell? Bro, ich fand, diese Lache war gerade so Tomatolix-mäßig, oder? Das war eine Tomatolix-Lache gerade. Alright. Damit... Das, Alter, das, oder? Bro, das ist so eine Tomatolix-Lache gewesen. Holy shit. Haben wir es offiziell gepackt? Alter. Wir haben 100, 200. Das ist so eine Tomatolix-Lache gewesen, wenn gerade vor ihm jemand eine Tantra-Massage bekommen hat. So eine Lache war das. Bei 50er, 300. Und 420er. 400, die wir da haben. Geil. Das heißt, wir können uns jetzt für 350, die wir da haben, das Ticket kaufen. Und haben sogar noch 50, die haben über. Geil. Geil, geil, geil. Ich hatte echt Zweifel, ob wir es packen. Aber jetzt noch das Ticket schnell holen. Und dann geht es ab nach fucking Europa. Let's go. Easy, Bro. Boah, es sieht so geil aus, ne? Todes am Wackeln hier. Todes. Alter, was geht ab? Ich habe es einmal geschafft. Ich kann es noch gar nicht glauben. Noch gar nicht. Wirklich. Ich bin jetzt so, so real. Ich habe gesagt, ich will heute diese Fähre nehmen. Zeige, ich bin hier super nette Leute kennengelernt. Ich genieße es. Ich bin krass heftig. Ich bin aber direkt auf dem Wasser. Sorry. Hey, hab ich gesucht, ich bin hier in meiner Zähne. Aha. Hab ich mich eben da gesehen, mein Film hier zu lassen? Ja, du hast es geschafft. Geil. Ja, was? Wo hast du mein Freund gesehen? Ja, ich habe mich hier gefasst. Aber Nave, der ist dort geblieben. Ja, ich bin weggeblieben. Hat er dich gefasst? Nee, hat er nicht gefasst. Hat er dich gefasst? Erklärt sich einfach noch einer. Ja, ja, Bro macht, Bro ist auf dieser Side-Quest gerade. Ob ich hätte auch ein Level bezahlt. Sie redet wie du, weil sie maybe gesagt hat, oder was? Hey, ich habe dich doch am Ticketstand gesehen, oder? Ja, das ist der Ort, wo du hinfahren möchtest, oder? Ja, stimmt. Also, ja, falls ihr beim letzten Mal nicht dabei wart, diese beiden Typen hat er kennengelernt. Und die meinten, dass sie einen Schlafplatz haben. Dass die irgendwie eine Stunde fahren von dem Hafen, wo die gleich ankommen. Und die haben da einen Schlafplatz. Probable this one here. At the whole coast. And then Montpellier go through the, like, in the land. Midland, like, Lyon, Tijon. Ich werde mal gucken, ich werde mal schauen, ob die von sich aus sagen, weil ich habe gar keinen Bock, dass sie so auf den Sack gehen. Oder sowas. Und diese so, oh, jetzt wirst du die mitnehmen. Aber die wirken echt cool. Wenn ich Glück habe, sagen die, also, hey, komm, schlaf heute Nacht bei uns, und dann fahren wir nicht irgendwo in der Raststätte. Das wäre natürlich lustig. Warum pisst er, warum pisst er, Bro? Mein Gefühl sagt mir, das ist auch klappen, weil deswegen, wir schauen, wie es weitergeht. Boch, schauen. Also, wir haben gerade darüber gesprochen, was jetzt meine Optionen sind. Weil du sagst, wie ist meine Situation? Jetzt wird verhandelt. Schwierig. Schwierig. Du hast kein Geld? Du weißt ja nicht, oder? Wie? Hast du Haus geblatt? Ja. Und du hast sonst alles noch nicht hier zu machen? Ganz genau. Ich habe zwei Möglichkeiten. Jetzt wird sich wieder einmal durchfinest. Denke ich. Zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, um weiterzukommen. Ich finde jemanden auf diesem Boot, der mich in meine Richtung, in die ich will, an der Füße mitnimmt. Ja, okay. Möglichkeit 2. Ich habe heute ein paar sehr nette Menschen kennengelernt, die mich ganz vielleicht mit zu sich nehmen, eine Nacht dort schlafen lassen und mich dann irgendwo auf ihrem Weg morgen an der Raststätte rauslassen, dass ich weiter kämpfen kann. Genau. Das ist Möglichkeit 2. Jetzt ist die Frage. Was ist... Bro, ich habe das Gefühl... Nein, ich will nicht spoilern, wir gucken jetzt mal weiter. ...die Antwort meiner neuen Freunde oder meiner neuen Retter. Noch sind wir nur Retter, noch nicht Freunde, oder? Richtig. Die Antwort ist ganz euch überlassen. Das könnte ich niemals. Ja, ja, aber so musst du es machen. Lass es leicht. Wie es aussieht, habe ich ganz gute Chancen, noch heute Nacht bei meinen Rettern zu schlafen. Die Retter. Und noch die Chance, sie zu überzeugen, dass sie meine Freunde werden. Mal gucken. Ein bisschen spät. Cool, cool. Also die nehmen den jetzt mit, ne? Und ich finde die Dynamik irgendwie so wild, weil die nehmen den mit, die zahlen in die Fähre, die haben denen was zu essen gegeben. Und die sind todeskorrekt halt eigentlich, sowas von den Taten her. Die wirken gleichzeitig aber auch so todesabgefuckt von dem. Und ich check es nicht. Ich habe das nicht gecheckt. Das irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich nicht verstanden, Digga. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob das irgendwie sein Humor ist von dem Typen oder so. Weißt du, dass das halt so... So ein bisschen so... Dass es einfach so die Art ist oder so, you know? Aber ja, ich glaube, die chillen einfach. Ja, kann sein. Vielleicht sind die so ein bisschen so lowkey unterwegs oder so. Das freut mich. So Serienkiller-Shit. Nee, nee, finde ich nicht. Es wirkt mehr so wie so jemand, der so... Der so voll bereit ist, das zu machen, aber der will es auch nicht so direkt rausgeben. Der will den so ein bisschen zappeln lassen. So ein bisschen so wirkt es für mich. Ich habe Sex mit mir selbst und nach 20 Sekunden gewonnen. Ja, das freut mich. Top. Hm, das sieht gut. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Heute Nacht wird eine trockene, warme Nacht. Es ist so mega unangenehm, die Leute nach irgendwas zu fragen. Dann machst du es und machst du es und machst und es passiert nichts. Es passiert wirklich gar nichts. Und dann klappt es. Ich kriege das Ticket bezahlt. Ich kriege 100 Dirham zugesteckt. Ich habe 10 Euro und bin in fucking Europa. Digga, er hat diese Mutter so abgescammt, ne? Bro, nur damit die Tochter mal so so einen halben Frame hier links oben in der GoPro zu sehen war, Digga. So gerippt um 50 Euro, Junge. Feierabend. Wenig Stunden. Digga, die geht da vier Stunden für arbeiten, Bro, Alter. Junge, ciao. Ich kann mir was zu essen kaufen, wenn ich will. Es ist unglaublich. So, jetzt guck dich das an. 35 Euro. Ja, aber er hat 35 Euro und on top noch 10 Euro hat er von denen auch noch eingesteckt. Die hat er nicht zurückgegeben. Die hat er behalten. Du weißt, was das ist? Ich habe es geschafft. Danke sehr. Für dich? Das ist für mich. Für dich. Ja? Ja. Ich kann es nehmen. Ey, das glaubt mir niemand. Ich sitze da. Die freuen sich mit mir. Die sagen, wie ist es denn mit Essen? Wie ist es denn mit Geld? Hast du kein Telefon? Kein Unterhaltung? Die sagen so Entertainment Media. Ich sage, nein, nein, wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Die gehen mit mir zum Automaten. Der eine kauft mir einen Riegel. Für drei Dirham. Und der andere eine Coke Zero. Für drei Dirham. Und die geben mir ihr Geld. Die arbeiten mit dem ganzen Tag. Machen Security. Keine Ahnung was. Ich sage denen sogar, nein, nein. Ich habe nochmal 100 Dirham geschenkt bekommen. Und das Fair Ticket. Und die gehen trotzdem zum Automaten. Ich konnte die nicht davon abhalten. Und die kaufen mir von ihrem eigenen Geld eine Cola. What the fuck? Das ist komplett... Aber das ist voll günstig, ne? Weil, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen. Drei Dirham, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das sind ja, also das ist ungefähr durch 10. Bro, das ist 30 Cent einfach. Also das ist auch... Also die verdienen natürlich auch extrem wenig da. Aber so das ist todesgünstig. Holy shit. Komplett Banane. 96 Cent? Ah, okay. Aber trotzdem. Mitten in Marokko. Die Sonne scheint... Für die teuer, ja. Nochmal. Wenn diese Reise weiter so geht, dann chille ich mich ganz, ganz entspannt Richtung Europa. Die Bilder sind so hart. Da sind sie. Die beiden. Digga, dieses letzte Bild geht so hart. Warte, warte. Alter, das geht so hart. Das ist so ein hartes Pick. Alter. Da sind sie. Die beiden Legenden. Bye, bye. Ja, sie haben sogar noch gewunken. Absolute Legenden. Also die haben mir Cola. Der eine hat mir die Cola gekauft, der andere das. Und jetzt kommt wieder Polizei. Parking. Ich bin gespannt, wie unterschiedlich Europa sein wird. Also wie, was sich ändern wird, wenn die in Spanien dann sind und so. Und Registrationen. Ich hab hier oben halt ein paar Camper gesehen. Die muss sich jetzt voll labern und fragen, ob die mir helfen können. Und dann ist die Welt in Ordnung. Dann schaffe ich das, wenn ich um 16.30 Uhr den scheiß Umschlag auf der Fähre öffne. Und da irgendwas drin ist, was mir eigentlich helfen sollte. Und die dachten, ja, ihr braucht bestimmt die Hilfe. Aber ich, ich brauch die Hilfe nicht. Na okay, warten wir noch eine Stunde. Jetzt sind hier vielleicht zwölf Autos, die ich anschnurren kann. Ob die mir, die, ob die mich mitnehmen. Drück mir die Daumen, Alter. Wenn ich zum 16.30 Uhr auf die Fähre schaff. Jemand hat geschrieben, ich weiß nicht, das ist so oft so ein Unterbrecher, aber es gibt so viel zu sagen dazu. Jemand meinte gerade, dass je näher die rankommen an Deutschland, desto unfreundlicher werden die Leute. Aber ich glaube, je näher wir an Deutschland rankommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dave gewinnt. Weil, Bro, dass man dann irgendwo in Frankreich ist und da sind irgendwelche deutschen Touris, die Dave kennt und die dann sagen, ja, wir müssen zurück irgendwie nach Aachen oder so, ist halt ein No-Brainer, ne? Also so, checkt ihr? Ich glaube, je näher man an Deutschland kommt, an sich checke ich, dass die Leute dann so ein bisschen mehr eher so vorsichtig sind bei sowas. Aber für Dave wird es immer chilliger, je näher er kommt. Boah, ich sag ernst, ich fände es ein bisschen low, wenn Dave gewinnt, weil es halt sein eigenes Format ist. Aber ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal, wir gucken mal. Also ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich bin nicht gespoilert oder so. Ich hab nur die ersten zwei Folgen gesehen schon. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich noch sag, mein Portemonnaie wurde geklaut oder ob ich jetzt ausgepackt, dass ich auf dem Rennen bin. Okay, ich gehe das Ganze jetzt mal ein bisschen radikaler an. In ein Reisebüro gehen und sagen so, ey, yo, ihr müsst mir helfen, ich brauche ein Ticket, ich muss nach Hause. Ich mache jetzt ein bisschen Drama. Wow, Hundis. Ja, süß. Ich habe vergessen, ich habe mein Telefon, meine Kreditkarte und alles. Und ich habe ein Ticket in Spanien. Ich habe mein Passport. Ich habe mein Passport, aber ich habe nichts für ein Ticket. Ist es eine Möglichkeit für... Nein, 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 nein. Lucky I have my Passport. Ja, ja, oh mein Gott, zum Glück. Ich habe mein Passport in Spanien. Ich habe meine Kreditkarte. Das ist ein Ticket. Ich habe mein Passport. Ich habe mein Passport. Ist es möglich? Ist es möglich? Ja. Ja. Ah, hat sich durchgedribbelt, Digga. Auch wenn er sieht das nicht, er sagt dazu gleich noch was. Jawoll. Fuck, man. Ach du Kacke, was passiert? Es ist nicht die feinste englische Art gewesen, die Dramakarte zu spielen. Auf irgendeine Art und Weise habe ich es ja auch verloren, auch wenn ich es freiwillig abgegeben habe. Aber ich habe ein Ticket. What the fuck? Was ein Ehrenbruder. Er hat mir noch die Telefonnummer gegeben. Ruf mich ehren, wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendwann wieder ein Handy hast. Ruf dich an, wenn du Hilfe brauchst. Digga. Ach, so Kacke. Todesgerecht. Ich habe ihm jetzt nichts versprochen, weil ich hätte ihm nichts versprechen können, was quasi dann in einem Monat ihm wiedergebe. Das hätte ich nicht machen dürfen. Das steht im Regelwerk. Aber ich werde zurückkommen und von mir aus ihm wieder was geben und mich einfach nochmal bedanken, dass er mir geholfen hat. Und das ist ja dann regelkonform, weil jetzt hat er mir nicht geholfen mit der Versprechung, dass ich ihm was gebe, sondern ich werde ihm einfach sowas geben, davon weiß er noch nichts. Ich habe ein fucking Ticket. Ich habe ein Ticket. Es geht nach fucking Spanien. Yes. Hat das Leben schön, die Sonne scheint. Voll spannend, dass unterschiedliche Strategien so funktionieren. Das finde ich auch so geil, ne? Diese ersten zwei Folgen. Bruder, es fühlt sich an, als hätte jeder einen anderen Ansatz einfach, ne? Das ist übelst geil. So, der eine hat dann diese zwei Skandinavier da angelabert, bro. Er hat dann irgendwie versucht, sich da durchzuscammen, bro. Dave hat irgendwelche Deutschen getroffen, so. Übelst geil. Und wir haben unser Ticket. Wir haben unser Ticket mit raus auf den Blatt. Ja, und Brian ist einfach nur lost. Ja, und Brian will einfach nur rauchen. Was ist das für ein Goof-Mobil? Das ist auf jeden Fall ein geiles Auto. German? Ja? Würde ich jetzt auch eigentlich nicht anschnurren. Das ist mir auch gar nicht mein... Also, eigentlich arbeite ich und alles ist gut. Wir machen halt nur dieses funny race jetzt hier. Okay, okay. Und ich muss es schaffen ohne Geld. Ja, da musst du einen Deutschen fragen. Ja. Also, ihr werdet ja gerne Geld geben. Und auch das Ticket bezahlen. Aber wir haben Probleme mit dem Auto. Wir haben Getriebe schaden. So können wir ja für zwei Gänge fahren. Du hast eine wilde Reise vor dir. Ich habe eine wilde Reise. Wir machen es gut, gell? Ja, du auch. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich finde es auch so geil, wie das reingestiegen ist in das Gespräch. Do you speak German? Und Anteil sagt, ja, klar, ich spreche Deutsch, ja. Er sagt einfach nur so, yo. Das war immer so richtig abgefuckt. Yo. Okay, netter Typ. Kann mir kein Gag geben. Und ist scheiße gelaunt. Ich brauche ein Ticket. Ja, ich muss, ich will erst mal gucken, was für Autos hier stehen. Okay, und sonst, wenn es gar nicht geht, also ich habe noch 200 Euro im Sack. Digga, das fand ich auch so geil. So, er sagt so, ja, der Typ ist übelst schlecht gelaunt. Und dann so ein Kater nach, Mann ruft ihn zurück. Äh, ja, wenn es gar nicht geht, ich habe noch 200 Euro im Sack. Bro. Ja, der ist mega schlecht gelaunt. Du hast 200 Euro? Ja, aber nicht hier. Du warst immer hier bei mir. Ja. Aber dann kann ich dir das Geld holen. Ja. Digga, das ist die krasseste Situation. Korrekt. Der gute Mann aus der Schweiz, der holt mir jetzt Geld. Somit habe ich es irgendwie geschafft. 10 Euro. 10 Euro? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall... Du musst nicht mehr kämpfen. Bitte? Du musst weiter kämpfen. Ja. Ah, das... Ja, klar. Das hilft mir schon mal super viel. 10 Euro ist ein Anfang. Und wenn ich dich morgen immer noch sehe, dann kann ich dir das Rest des Geldes auch noch geben. Das ist lieb von dir. Ja. 10 Euro. You would help me a lot with one Euro and you would help me... You would make me the best day of my life if you can give me 18 Euro. You give me this. Digger, Alter, nach 18 Euro ist halt krass auch. Have a good journey, yeah? Thank you. Also, wir müssen verstehen, normalerweise arbeite ich und würde mich niemals irgendwo durchschnurren, sag ich mal. Würden Sie mir da eventuell aushalten? Ich finde diesen Einstieg von diesem Gespräch immer so voll awkward irgendwie. Also, Sie müssen wissen, normalerweise arbeite ich. Hä? Digger, überweird. Ja, okay, dann gebe ich Ihnen hier 50 Euro. Hä? Das ist irgendwie zu weird, Digger. Das ist ein ganz komischen Einstieg irgendwie. Okay, Leute, die sind krass am Kontrollieren, ob ich... Macht aber Sinn, ich check das. Ja, so, weil, ich glaube, so in Deutschland dann ist man so, ja, geh doch mal arbeiten, so, ja, mach doch mal was hier für die Gesellschaft oder so. Ich glaube, das ist dann so dieses Meister. Und wenn man sagt, ja, normalerweise gehe ich arbeiten. Ah, okay, das ist ein deutscher Bürger, der arbeiten geht, hier sind 10 Euro und so. Und dieses Meister, aber ich finde es trotzdem irgendwie weird. Ich weiß nicht. Ich kann hier... Ich check, aber ich finde es trotzdem komisch irgendwie. Wenn der mich jetzt erwischt, schmeißen die mich hier raus. Ich kann nur mit Ton arbeiten. Oh, fuck. Ich brauche noch 17 Euro. No. 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 Okay. Yo, you need to go to in the house for filming. No. You need autorization for filming here. With your car. With what? Your car, your car. I don't have a car. Here, just for car. Okay. No passenger. Yeah. Can I stay here or do I have to go? No, I will go. Okay, I will go. Leute, ich bin um ein Haar dran vorbei, dass die mir jetzt die SD-Karte abgenommen hätten. Aber danke für die Worte, Bro, und Couscous. So scheiße. Ich hab mein Ticket. Danke, Bruder. Herzlich willkommen. Es geht nach Spanien. Es geht nach Spanien. So kann es weitergehen, meine lieben Freunde. So macht die Reise doch richtig Spaß. Es macht Spaß. Ich muss jetzt hier ganz schnell weg. So, jetzt versuche ich wieder die zwei, drei Kilometer zu dem Terminal zu skippen mit dem Hitchhike. Das ist ein ordentlicher Schritt wieder. Wieder die fucking zwei Kilometer zurück. Diesen Sohn abeinander einfach, das ist so crazy. Meine Tatsache hat mir jetzt die Minute, zwei Minuten. So, jetzt habe ich ungefähr noch 50 Minuten. Dann darf ich, ähm... Boah, das hätte ich bei unserer Seven vs. Wild Staffel auch irgendwie geil gefunden. Es wäre so cool gewesen. Hätte man irgendwie so, auch wenn man, auch wenn dann sich vielleicht zwei Teams nicht gesehen hätten oder so, aber wenn jetzt zum Beispiel Fritz und Maddie noch drin gewesen wären und dann wären da irgendwo in der Nähe, äh, wären dann Trimax und Rumatra lang gelaufen oder so. Das wäre übelst geil gewesen. Auch wenn die sich dann nicht gesehen hätten oder so, aber einfach, dass man so sieht, die laufen dann in der Nähe lang, wäre übelst geil. Kommt mir alles ziemlich bekannt vor. Bist du Gott, Brian gesehen? Da, Bacca, Brian. No fucking way. Ich frage mich, ob er jetzt hier gesagt hat. This is Spain. We made it to España. Willkommen in España. Easy. Boah, ist ja fast sogar in die falsche Richtung, ne? Aber musst du halt machen, ne? Musst du halt machen. Boah, würdet ihr das machen von da? Naja, geht. Naja, Bro, er muss ja schon eher hier hoch. Das fand ich auch so komisch. Das fand ich auch, das fand ich so awkward, Bro, als ich es geguckt habe. Bro, full random einfach. Gutes Auto. Hola. 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 Que tal? Bien. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, ob ich da weird bin, aber ich fand das irgendwie so ein bisschen so... Aber vielleicht ist man dann auch so ein bisschen so in diesem Mode so, ja, ich hab ja die ganzen Tage irgendwie Leute angelabert und dann ist man, vielleicht legt man das dann irgendwann im Laufe des Tages ab oder so. Ich bin so freundlich wie in Morocco. Ja, ja, ja. Ja, trotzdem, wir haben jeden weiterhin entsprechend. Jetzt im Supermarkt mit den neuen Jungs, mit den neuen Kompagnons. How can I help you guys? I don't know. You have no money, so I don't think you can. Mit dem Prius im Supermarkt. Ich war süß, Digga. What the fuck, Alter, Bro. Softdick mit den 50 Gifted Subs, Digga. What the fuck, Digga. Bro hat auch wieder schön mit der Makita und Baumaschine in die Ölleitung reingebohrt im Garten. Oh, das fühl ich einfach. Bro, Softdick, danke für die 50 Gifted Subs. What the fuck. What the fuck, ja. Mit dem Prius im Supermarkt. I don't know. You have no money, so I don't think you can. Mit dem Prius im Supermarkt. How can I help you guys? I don't know. You have no money, so I don't think you can. Mit dem Prius im Supermarkt. Das ist ein guter Vorschlag. Maybe I can cook something. Was würdest du heute Abend gerne essen? Apfelstrudel, Bro. So, should I just buy something, then I can cook maybe tonight. Yeah, good idea. Dann suche ich mir mal ein paar Sachen. Digga, er kann sich alles wünschen. Der Bro wünscht sich einen Apfelstrudel, Junge. Typical Schweizer einfach. Bro, das ist Stereotype einfach. Das andere, was er hätte sagen können, wäre Käsefondue gewesen, Junge. Aber ich meine, das ist geil, das ist geil. Okay, okay. Heute koche ich einen Kokos Curry. Kokos Curry. Boah. Kokos Curry ist stark. Ich koche heute. Sehr stark. Curry geht immer. Curry geht immer, Digga. Aber das ist todesleicht. Todesleicht. Eins machen wir locker. Weißt du? Safe Space. Deinen guten Schlafplatz. Ja. Da muss es ein bisschen rougher werden, weil sonst läuft es hier an, es geht zu glatt. Das macht ja gar keinen Spaß. Aber ein bisschen gönnen muss man sich auch. Oh. Aber ich brauche... Läuft es hier an, es geht zu glatt. Das macht ja gar keinen Spaß. Aber ein bisschen gönnen muss man sich auch. Aber ich brauche mehr Abenteuer. Das merke ich. Und dann war ein bisschen klar. Ich glaube, ich kaufe mir immer so einen kleinen Snack. Boah, er hat sich so viel Geld geholt, dass er jetzt einfach... Jetzt geht er hier einfach kurz ein paar Snacks kaufen. Und Diram. Und Diram. Okay. Shukran. Shukran. Ein bisschen Obst, ein bisschen Vitamine kann ich auf jeden Fall auch gut verkaufen. Ja, wichtig. Wichtig. Fand ich übelst korrekt. Fand ich übelst korrekt. Ja. Danke. Ist okay? Natürlich. Ich bin mit jedem, Mann. Ei, ei, ei. Ich hab's mit jedem, Mann. Ich hab's mit jedem. Aber gerade ein kleiner Beef. Na gut. Shukran, mein Freund. Der lebt das Leben da, ne? Der lebt das Leben. Damit geht's jetzt ab auf die Päre. Let's go. Boah, ich fände das Essen, das Toast lecker. Mit dem Discount. Weil ich hab Original... Was essen in Marokko? Gibt's irgendwas, was... Was ist die da für Küche? Was haben die da? Geht das so in... Also in meinem Kopf geht das irgendwie in so eine arabische Richtung oder so. Oder in so eine türkische Richtung. Aber ich meine, vom der Lokalität... Also vom Local-mäßigen ist es ja ganz wo anders. Aber in meinem Kopf ist es so in der Richtung. Ja, türkische Küche so ein bisschen... Ist es so in die Richtung? Marokko ist full arabisch? Weißwurst. Okay, ich denke, das wird's nicht da geben, Bro. Ich glaube, erstmal, dass alles klappt. Mit dem Discount. Weil ich hab Original... Ich glaub 300... 54 Dirham oder so. Also es passt perfekt. Achso, genau. Das habt ihr vielleicht letzte Folge nicht gesehen, falls ihr nicht da wart. Er hat letzte Folge mit dem Chef gesprochen. Er hat ihm einen 20% Discount gegeben, glaub ich. Und er hat mir gesagt, dass du mir einen Discount geben würdest. Und ich kann das Ticket für 350 Dirham kaufen. Übelst geil. Kannst du mit ihm sprechen? Er hat mir gesagt, wenn du mit dem Geld zurückkommst, können wir es dir verkaufen. Kannst du... Er spricht Englisch? Oder Spanisch? Spanisch. Ich spreche Spanisch mit ihm. Spanisch? Ja. 350 Dirham? Perfekt. Das ist so gut. Das ist perfekt. Ja. 350. So, das ist dein Schiff? Ja. Und das ist Fribas. Ah, das ist Fribas. Das ist Fribas. Das ist Fribas. Das ist Fribas. Ah, perfekt. Und du hilfst mir so viel. Vielen Dank. Bye, bye. Have a good day. Freude. Easy. Durchgedribbelt, Junge. Tranjaville Tarifa mit Ceuta Jet um 16 Uhr. Oh, und da kommt Daniel. Alter, das wäre so heftig. Der hat tatsächlich ein Ticket in der Hand. Jemand hat gerade gefragt, warum die in Marokko starten. Ich gehe mal davon aus, dass Dave dachte, dass es cool ist, wenn man so als erstes direkt dieses Hindernis faire hat. Und ich meine, man merkt ja auch, das ist ja auch übelst der Content. Also so alle versuchen halt so diesen ersten Checkpoints irgendwie hinzubekommen. Da ist der. Ist schon ganz nice gemacht. Äh, mein Kopf ist Matsch. Wir haben das fucking Ticket. Let's go. Alter, ist das krank. Alter, ist das krank. Alter, es sind mindestens drei von fünf Leuten heute Abend in Europa. Und so viel sicher. Brian ist es aktuell nicht. Also mal gucken, was noch kommt. Aber für Brian läuft es schlecht. Hier noch einmal der letzte Blick auf Tanja City. Danke für die coolen fünf, sechs Stunden. Ich wäre gern noch ein bisschen länger geblieben. Also es steht nicht im Regelwerk, aber ich denke jetzt mal nicht, dass sie sich irgendwie sabotieren. Aber jetzt geht's ab nach Europa. Let's go. Ach du Scheiße. Dann sind es bedeutet, dass alle, dass alle, alle, alle mega, mega schnell sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass das einer der schwierigsten Steps war. Die Komplett Spanien wird jetzt auch nochmal richtig hart, weil Trampen ist da nicht so super kommen. Aber das war einer der härtesten Steps. Und alle haben das mit. Mann, jemand hat geschrieben, ins Klo einsperrt. Denker, stell dich vor, irgendwie weiß ich nicht, Junge, Daniel sperrt so Dave im Klo ein. Und dann sehen wir so die nächsten Folgen einfach so, wie alle Leute so irgendwo in Spanien, in Frankreich unterwegs sind. Und Dave ist immer noch auf diesem Klo eingesperrt, Bruder. Und vloggt dann da diese Klo-Szene für so die nächsten fünf Folgen, Bro. Na moin. In wenigen Stunden gemeistert. Das ist Kacke. For real? Okay, okay, shit. Es sind schon zwei auf der fucking Ferde. Alter, crazy. Okay. I will hide here for a second, okay? Because I want to catch my friend. Ich knie hier einfach in schon eine Parfümerie. Gute Reise wünsche ich. Was? Was geht? Es sind schon zwei andere jetzt drin. Ich hab's nicht verstanden, warum hatte Dave die Kamera im Mund? Also er hätte die doch easy auch halten können. Warum im Mund? Was geht? Es sind schon zwei andere jetzt drin, ja? Jovan, hab ich gesehen, ist rein. Ja? Wir haben es ja am Eingang gesagt, dass schon zwei mit Kamera reingelaufen sind. Jovan und ich. Krass. Bye, bye. Thank you so much. Thank you very much. So korrekt, so korrekt. Ey. Bye, bye. Jovan ist also auch hier. Auf dem Chip schon. Jovan ist schon drüben. Der ist um 14 Uhr gefahren. Der ist um 14 Uhr gefahren. Der ist um 14 Uhr gefahren. Alter, krass, krass, krass. Der ist ja so crazy, dass wir aber zusammen auf derselben sind. Wir reisen nach Europa. Am Tag eins, nach wenigen Stunden. Boah, das sieht so fresh aus da. Oh mein Gott. Es ist unfassbar geil. Digga. Es macht richtig Bock. Es macht ohne Scheiß richtig, richtig Bock einfach. Es ist so geil. Ohne Witz. Ich hoffe, das bleibt so. Die nächsten Tage. Okay, Chad, jetzt wird gleich der Zettel aufgemacht mit dem Geheimnis. Wenn in Save auch noch Abfuckmomente kommen. Aber, ja. Ich hoffe, es geht so weiter. Bruder hat einfach gerade mehr Geld in 10 Minuten gemacht, als meine Eltern im Monat verdienen. Ja, Mann Bruder, was soll ich machen hier? Ein für die 500 Bits Bokus. Du bist selber Teil davon, Wichser. Linke Hand für Arsch, rechte Hand für Titten. Alien, please. Cedric, danke für die Trau. War's zum Geier. Und jetzt fehlen nur noch. Ja, ruhig. Rein und Lawless. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab so vom Gefühl, oder ich hab so das Gefühl, dass die es nicht hier in Tanja probiert haben. Dass dann vielleicht hier nach TanjaMate gefahren sind oder so nach Ceuta. Ich hab ne Fähre. Ich hab ne Fähre. Ich hab ne Fähre. Ich hab das Gefühl, ihn hat man noch fast gar nicht gesehen, oder? Es kommt mir so vor, als hätte er so ne Minute Screentime gehabt oder so. Wie so stehen gelassen und nicht abgeholt. Ich hoffe wirklich, er wird heute eingesammelt. Aber ich weiß, Brian ist smart. Ich glaub, der kann sich da ganz gut durchmogeln, durchdribbeln. Wie kann ich mich jetzt mal reinsetzen? Das ist doch die erste Pause. Oh Gott. Nein. Das ist das einzige Essen, was ich mit hab kaputt gegangen. Oh nee. Oh nee, Digga. Oh Gott, los. Vor allem auch dieser Katz, wo vorher sagt er so, ja, Brian, der wird sich da durchlabern und so. Brian wird das richtig gut machen. Dann der Katz. Der Katz ist so ehrenlos. Junge, ey. Ich hoffe, in diesem Briefumschlag ist einfach hier, ey, das Geld und viel Spaß in Spanien. Prost. Das wär das Schönste. Und wenn nicht, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Das Land ist so geil, so nett, aber ich hab die Schnauze voll. Ich hab ja alle beide Varianten ziemlich gut probiert. Ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass jetzt einer von den anderen, okay, irgendeiner sitzt auf dem Boot. Ja, der Rest hat das nicht besser als ich gemacht. Wie denn? Wie denn? Es wär immer noch witzig, wenn ich gleich auf der Fähre jemanden treffe. Die hab ich mir vor dem Urlaub neu geholt. Jaja, die anderen haben's niemals besser gemacht. Niemals. Bro, ich find's so wichtig, dass es so einen Charakter wie ihn gibt. Also, mal gucken, wie er die nächsten Folgen noch performt so. Aber, wenn jetzt alle das so easy rüber geschafft hätten, dann würde man so denken, ja, ist voll easy. Aber so merkt man so, okay, das ordnet das so ein bisschen ein, find ich, ist ganz geil. Ich weiß nicht so recht, ob die mir steht. Joa, komm, Mann. Sagt was? Ist doch gut, oder? Macht absolut nix besser. Im Wartebereich ist es jetzt laut. 16.30 Uhr. 16.30 Uhr. Jetzt wird die Überraschung aufgemacht, Chef. Wir haben jetzt vom Organisationsteam einen Pack bekommen. Was steht drauf? 16.30 Uhr. Es ist soweit. 16.30 Uhr. Warte mal, Bruder. Jeder hat so einen komischen Garmin-Tracker bekommen. Was hat er hier für einen Paschanim-Tickerphone bekommen, Digga? Die haben Brian gefickt, Alter. Holy Shit. Jeder kriegt diesen Garmin-Tracker, den wir auch bei Seven vs. Wilder haben. Brian kriegt so ein Senioren-Handy. Mit so extra großen Tasten, Digga. Ach, die haben alle beides davon. Achso, okay, okay. Ich dachte schon. Das ist ein Notfall-Handy. Ja, okay. Check, check. Wollte mal danke für den Streams. Hilfst echt sehr vielen Leuten dadurch. Vielen lieben Mann. Danke für die Antworten. Und hier nimm auch noch ein bisschen was von meinem Geld. Und dann ein Feuer-Emoji. Grüß, Bruder. Der Arminik muss jetzt warten. Ja, aber wir sind nicht durch. Wir sind nicht durch. Hey, hab grad das mit der Schlafmaske mitbekommen. Probier mal eine Nacht mich mit Alkohol, also Bier trinken und dann schlafen. Und einmal ohne. Das hatte mein Vater so. Also ich kann jetzt nicht jeden Abend Bierchen trinken, damit ich besser schlafe. Bitte um Hilfe. Ich bin jetzt 23 Jahre alt, mein duales Studium fertig. Wäre dann Beamter. Jedoch würde mich der Job gar nicht erfüllen. Lieber jetzt nochmal seine Leidenschaft studieren oder den sicheren Weg als Beamter gehen. Das ist nicht so einfach zu antworten. Kommt ein bisschen drauf an, was so drumrum noch abgeht. Hast du eine Absicherung durch deine Eltern zum Beispiel? Und so weiter. Aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt mit 23 nochmal was anderes einzuschlagen. Hundertprozentig. Kann man grundsätzlich machen. Es ist halt nur die Frage, was so drumrum abgeht. You know? So. Schwer zu sagen. Aber grundsätzlich würde ich für das gehen, was dir mehr Spaß macht. Jetzt geht's los. Wir haben den ersten Game Master Eingriff. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Der scheiß Game Master. Der Umschlag. 16.30 Uhr im Backpack gehabt. Bitte raus. Nee, jetzt krieg ein Cliffhanger. Wird aufgelöst. Wird aufgelöst. Tüte rauchen, am Strand mit irgendwelchen Surfern rumhängen. Das kann hier drin sein. Ja. Das wird jetzt da drin sein. Hey Brian. So wie bei Monopoly einfach. Hey Brian. Äh. Hier ist das Ticket nach Spanien. Zieh direkt über Los. Äh. Sammle 400 Euro ein. Und sauf Bier mit irgendwelchen Surfern in Spanien oder Küste. Das wird jetzt da draufstehen, Bro. Ey, Vivienne mit fünf weiteren giftet. Viel Liebe in den Chat. Dankeschön. Danke für den Support, man. Cash is king. Okay. Eine Mastercard. Oh mein Gott. Der Anfang ist gemeistert. Ich habe zwei gute und eine schlechte Nachricht. Die erste gute. Du kannst bei The Race Geld gewinnen. Und zwar nicht wenig. Wie viel können wir dir nicht verraten? Oh. Die zweite gute Nachricht. Der hat mich jetzt abgefuckt. Als ob er das nicht weiß. Als ob er das nicht weiß. Also ich meine, das ist vielleicht so dieses, was jetzt genau passiert oder so. Das sagen die ja gleich noch. Okay. Aber Zehner. Jetzt wusste er das nicht. Dass es um Geld geht am Ende. Oh. Oh. Let's go. Zehner. Er wusste das nicht, dieser Wichser. Und Revolut haben ein wenig Mitleid mit dir und wollen dir etwas unter die Arme greifen. Auf der beigefügten Debitkarte befindet sich ein Guthaben von 50 Euro zur freien Verfügung. Das heißt, ich komme heute nach Spanien und trinke ein Bier am Strand. Wir alle fahren heute noch an den Strand. Wie schön ist denn das? Aber Vorsicht. Die schlechte Nachricht ist, das Geld auf dieser Debitkarte hängt unweigerlich mit deinem Gewinn zusammen. Was weg ist, ist weg. Viel Spaß damit. Scheiße. Also ich weiß nicht genau. Ich vermute mal, die kriegen 5.000 Euro, wenn die gewinnen. Hätte ich jetzt gesagt, oder? 5.000 Euro und dann für jedes, also dann quasi so prozentualmäßig. Wenn die jetzt quasi 25 Euro ausgeben, dann kriegen die am Ende nur 2.500 oder so. Gehe ich mal von aus. Ich weiß es aber nicht. 50.000 Euro? Nee, glaube ich nicht. Oder die kriegen irgendwie 10.000 Euro und dann trotzdem prozentual einfach. Aber in meinem Kopf war es so 50 Euro. Okay, alles klar, ja mal 100 oder so. Ich weiß nicht. Oder die kriegen nur die 50 Euro einfach. Wir denken so, es gibt so Multiplikator, Digga, es gibt so keinen. Es ist sogar noch so durch 10 einfach, so 5 Euro ist so der Gewinn, Digga. Wenn die so 25 Euro ausgeben, kriegen die nur 2,50 Euro einfach. Bro, imagine. Heute mal wohl wieder kein Basti-Kevin-Abend, aber diesmal ist Chat schuld. Warum schiebt ihr dem Kerl so viel Geld ins Maul? Nee, nee, das ist gut. Das ist gut. Da muss ich dann nach dem Neek-Format nicht noch irgendwas füllen danach. Das ist gut. Das einzige, was scheiße ist, dass Neek gerade wartet, aber wir beeilen uns. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind auf dieser Karte 50 Euro drauf. Und diese 50 Euro kann ich benutzen, muss ich aber nicht. Also wenn du 50 Euro drauf hast. David seiner YouTube-Boys. Also Leute, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind hier 50 Euro drauf. Wenn du jetzt irgendwie so 1 Euro ausgibst, heißt das wahrscheinlich dann so 100 Euro oder noch mehr vom Gewinn abgezogen. Ach du Scheiße. Aber neuer Begleiter. Aber das ist ziemlich geil. Wenn man wirklich in einer brenzligen Situation ist, dann haben wir jetzt wenigstens Geld. Das ist halt die Frage, wie viel hat man jetzt eingüßt damit davon in 50 Euro. Wenn ich das richtig verstanden habe mit dem Placement, was ich organisiert habe. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Dave ernst nicht wusste, dass sie das so machen. Vielleicht wusste er es, ich weiß es nicht. Aber, ja. Das ist auf jeden Fall neidisch. Und ich glaube, für wirklich richtige Notsituationen werde ich die vielleicht bildlich benutzen. Aber ich versuche wirklich, so lange wie möglich natürlich nicht zu lassen. Das bedeutet, dass jetzt du nicht weißt, ob Brian sich Zugtickets kauft. Voll auf die Experience scheißt. Voll auf die Experience scheißt und durchbrettert. Und das Problem ist, dass man nicht weiß, wie hoch der Gewinn betragen ist. Das Problem ist jetzt, wenn die das richtig gemacht haben. Also richtig, richtig. Dann knallt der Gewinn schon wirklich rein. Oder wie er von die spricht. Wer sind die, Digga? Dave, du bist die. Danke Revolute. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht hab das wirklich auf seine Kata entschieden. Ich könnte null mit der 50-Euro-Karte umgehen, sodass der Gewinn im Minus ist. Digga, du musst dann so am Ende noch Geld zahlen an Dave. Einfach so. Na moin, ey. Scheiße, ey. Könnte man, aber was er gerade meinte mit den Zugtickets. Man könnte doch nicht für 50 Euro von Spanien unten im Süden irgendwo bis Köln mit dem Zug irgendwie da rum brettern. Das würde doch, also Bro, never. Also vielleicht, wenn man irgendwelche Dribbles macht, aber ich glaube so 150 oder so brauchst du schon, würde ich sagen. Ein spanisches Licht. Wir sind in Tarifa. Also. Herzlich willkommen, friends. Aus. Tarifa. Sonne scheint. Yo. Easy. Brian ist jetzt immer noch da. Also wenn da jetzt irgendwer aus Europa noch da drin ist, dann frage ich den. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das filmen soll, weil ich habe keinen Bock, dass sie mir alles abziehen. Wir sind auf der Weg. Boah. Alle haben es geschafft ohne Geld auszugeben, Junge. Und Brian fängt die Eights an. RIP. RIP. Sorry? Do you speak English? It's just a question. I lost my wallet. I need to get to Spain. Okay. I have. I have. 10 Euro and I need 18 Euro. I mean, it's a lot of money and it's okay if you say no. It's not a problem. I just wanted to ask. Day one. Er probiert es auch. Ja, ja, ja. Voll verzweifelt. Auf der vierde. Auf dem Weg. Rüber nach Spanien. Rau. Was war das für ein Geräusch? Rüber nach Spanien. Rau. Dicke, ey. Es geht richtig los jetzt. Dicke, das Dicke ist, ich habe ja diese kurze Folge geguckt, um euch. Es ist so geil, weil ich muss mich nicht anstrengen. Ich habe legit fast alles vergessen davon, ne? So geil. Also ich wusste ungefähr, wer rüberkommt und so. Aber ansonsten, Dicke, hat sich alles auch zum ersten Mal fast. Easy going, Bro. Easy going, ey. Hallo. Hi. How are you? I'm fine. Äh... Police. Yes. Can I ask you? Äh... Kameras? Kameras? Nein. But it's like illegal. Yeah. The spiritual man told me that they don't have money. Yeah. Oh, das habe ich vergessen. Oh my God, for real sogar. Der Polizist drückt bright. Ich wollte gerade sagen, hä, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der diese Revolut-Karte benutzt hat. Der Polizist drückt Brian genug Geld für ein Fährticket in die Hand, Dicke. Übertrieben korrekt. What the fuck. Man denkt so im ersten Moment, der fickt den oder so. Really? Bro. You're really friendly. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Dicke. Krank. This helps me a lot. Thank you. This is awesome. Thanks a lot. The police gave me money. It's so nice. I've never had this before. Yeah. Best day. No, du. Richtig cool. Fühlt sich an, als würden die so alle aufeinander aufpassen da, Dicke. Ich muss euch gleich erklären, wenn ich hier weg bin, was hier... Die wollen ihn einfach aus dem Land haben. Bro. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Schiss, dass die jetzt nochmal kommen und mich rausziehen. Das kann doch jetzt nicht alles so geklappt haben, ey. Der war... Deutsche could never. Naja, also ich werde... Den kann ich jetzt nicht machen. Der ist... Der ist gerade los. 100 Leute gerade. Warum sitze ich halt... Nein, warum haben die mich rausgenommen und alleine ins Bus gesteckt? Ich fahre mich doch in die Klasse eben da. Ich muss euch gleich alles erzählen. Ich kann jetzt hier einfach nicht mehr so viel filmen. Einfach Bein brechen und dann vom ADAC einfach da rauflegen lassen. Ich weiß nicht, ob das klappt, Bro. Nein! Brian! Brian! Die Lache, Dicke. Brian hat geschafft! Yeah! So geil. Einfach alle auf der Ferie, Junge. In Folge 2. Übelst krass. Ich bin so gespannt, wo die alle jetzt pennen, ne? Weil, äh... Jovan ist ja klar, der pann bei diesen... Bei diesen Skandinavien da. Bei diesem Schweden. Ähm... Aber Digga, wo pennt der Rest? Wo pennt der Rest? I don't fucking know. Also, aber jetzt bin ich wieder up to date chatten. Die nächste Folge guck ich wieder live mit euch zusammen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was abgeht. Aber geil, ne? Ich find's das übelst geile Format. Geil, geil, geil. Also, ich check die Kritik vom Grunde, dass man so in armen Ländern dann halt Leute nach Geld fragt und so. Check ich auf jeden Fall. Versteh ich auf jeden Fall. Aber, ähm... Ich find's trotzdem super sick. Ist ein geiles Format, man. Geil. Geil, 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 geil. Shoutout, man. Sehr, sehr gut, man. Sehr, sehr gut. Ich freu mich sehr drauf. Chat, die Folgen kommt immer Mittwoch und Sonntag raus. Äh... Ich bin sehr, 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 sehr... äh... Pumped auf die nächste Folge, Chat. Vielleicht gucken wir die nächste Folge sogar mit Basti zusammen. Vielleicht krieg ich wieder überredet. Mal gucken. Weil die nächsten... Ab Sonntag mach ich einen Open Endstream, wo Basti und ich Brett und Fred durchspielen. Und entweder wir gucken es am Montag oder wir gucken es am Sonntag mit Basti. Mal gucken. Schau mal. Vielleicht krieg ich wieder überredet. Marc, um das Zeit lang zu sein. Gott, um das Zeit lang zu fahren. Mal gucken, was soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fans als du. Kann mich eigentlich nicht beklagen. Nur am Anfang diesen Tag erfüllst du dir ein, ohne mich lächeln deine...